Yo, yo, yo! Servus! Moin! Meine lieben Freunde der guten Unterhaltung! Ich bleib dabei, present! Ja? Der Hamburger Akzent, der taubt mir nicht so. Wie, das kann... Also, Leute! Ne, Timo, du hast Moin übernommen! Du hast es übernommen! Das ist jetzt einfach deine... Deine Lebenseinstellung! Aber, Moin kommt nicht aus Hamburg! Ja, aus... Das ist ja ein Norddeutsches! Ja, wer sagt es, hm? Zeigst du mir schwarz auf weiß? Ja, in Norddeutschland ist halt Moin gebräuchlich, sag ich. Ja, aber nicht da entstanden. Also, du kannst nicht sagen, dass dir der Hamburger Dialekt nicht taugt. Also, der Norddeutsche Dialekt. Ich sag, ne, Norddeutsch taugen nicht. Nee, 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 nee. Also, ich sag... Leute, fühlt ihr den Norddeutschen Dialekt? Schreit's in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch denkt, ja, der Norddeutsche Dialekt ist nice. Wenn nicht, ist auch okay. Und lasst auch einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und, äh, schreibt... Aber ich sag, Berliner, Dialekt gefällt mir. Und... Alter, das ist doch los. Bayerisch. Bayerisch und Berliner finde ich am besten. Alter, du bist so lost, Alter. Nee, feierlich. Ich sag, du bist so lost. Leute, schreibt euer Lieblingsdialekt in die Kommentare. Und eure Lieblings-Pulgon-Formen. Denn wir haben heute ein neues Metronom-Battle-A. Pulgon-Formen-Metronom-Battle. Alle drei, beziehungsweise vier. Weil Timo sich dachte, ja, besser vier als drei Pulmon, damit das herausgeglichen ist. Richtig, richtig. Ich hab die Shiny-Formen gut schreiben. Die zehn Minuten sind wichtig. Welche, welche Formen besser finden. Also ich sag, Shiny. Bei Phasus. Safe. Also ich feiere auch den Kontrast zwischen diesem Türkis und, äh, rosa, pink. Gefällt mir auch. Aber dieses Dunkelblau mit diesen... Was ist das für eine Farbe? Die zweite Farbe vom Programme Shiny. Äh, warte, was meinst du? Also das Shiny-Pulgon ist dunkelblau und? Warte, ich muss mir das gleich nochmal anschauen. Aber was ich gerade sagen will. Ich finde, glaube ich, das normale Pulgon sogar besser. Ich finde alle anderen Shiny-Pulgon-Formen besser. Yo, Seb. Warte, du hattest keinen Download, oder? Äh, nee, ich hab Analyse auf dem. Alter. Der hat, nee, der hat ein Download. Verteidigung. Ja, weil... Ja, Data Gaming. Ah, ja, stark, stark. Feuerwirbel. Oh, Feuerwirbel stark. Gefällt mir, taugt mir. Finde ich nice. Äh, by the way, meine Namen sind Woist. Woist? Da, was ist das für eine Farbe? Ist das auch pink? Äh, das ist ein Pinkton, ja. Auch ein Pinkton, ne? Ist blau-pink. Ja. Aber ein anderer Pinkton wie der... Warte, was hat er gerade eingesetzt? Was ist gerade passiert? Schaufler hat er eingesetzt. Schaufler, okay. Ich war gerade verwirrt. Äh, Giftschweif gönnen wir uns jetzt einfach mal. Warum denn auf den? Stopp jetzt! Nein! Vergiftung, let's go. Aber ich sage, Feuerwirbel ist auch sehr, sehr stark. Ach, guck mal, du hast mit der Zermalmklau übel viel Schaden gemacht. Ja, das stimmt. Und einen Deathdrop bekommen. So, wo ist Data Gaming? Äh, als der Welt ihn am meisten brauchte, verschwand er. So, Winschnitt. Bitte? Es geht auf beide, glaube ich. Ja, ja, true. Es geht auf beide. Und es hat eine hohe Crit-Chance. Mach nicht. Ja, Gunn-Crit, Gunn-Crit. Nee, war kein Crit. Schaufler kommt durch. Zack. Hab ja keinen Barstein. Na, schon Niederschaden. Wir haben beide keinen Eboliten bei, wo, ey, ne? Wir sind ja kein Trader. Ja, auf keinem der Purgons. Genau, Kreuzdonner. Kreuzdonner, yo! Die hat Bock. Jetzt machen wir mal hier einen ruhigen, halt. Jetzt machen wir hier einen ruhigen, halt. Hör auf damit. Aber Purgon bewegt dich immer so. Ah, stimmt, ich habe auch angespust. Ich glaube, also, wie gesagt, ich liebe die shiny Form von den anderen Purgons, aber ich glaube, ich finde hier das normale Purgons tatsächlich besser. Schaufler, als ob. Der hat Bock. So wild. Aber er kommt weiter in diesen Feuerwirbel-Damage, Alter. Wieso ist der doch da? Du bist nur im Boden, weißt du? Der ist doch kein Feuer. Das geht nicht. Scheinbar schon. Wie kann Purgon überhaupt in den Boden? Äh, Finalform... Wie sieht das aus? Yo, Purgon, Alter, mit Finalformations. So nice, so nice. Taub mir. Aber der hat halt so viel Schaden schon gefressen. Ja, ich hoffe, die töten ihn jetzt einfach. Ich hoffe, dass sie nicht auf den Gen, der Schauflein gesetzt hat. Weil du bist auch nicht auf den gegangen. Das wäre Hilfsmechanik, okay. Hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Los Gaming. Du bist doch ein richtiger Gamer. Florakur. Wait. Das hätte dich geheilt. Aber du warst im Schaufler drin. Stimmt, Florakur ist wieder im Game drin. Das war vorher nicht... True, wie Kurelei sind sie da drin. Ja, genau, genau, genau. Ich hätte dich damit einfach hochgeheizt. Das wäre so nice gewesen. Aber guck mal, dafür habe ich nichts gemacht, die Runde. Ja, das stimmt. Aber ich hätte ihn hier halt sehr gerne. Genau. Ja, aber... Für den Eisenschweif auf plus 1. Wieso kriegst du die ganzen Schweifattacken? Stopp jetzt, Data! What the fuck! Auf jeden Fall, schön mit dir. Sonst ist kilt. Hat Spaß gemacht. Unangenehm. Ja, das war die Nullrunde eben, weil... Ja, Donnerville. Donnerville, okay. Aber die Nullrunde eben war halt so dumm. Die war halt... Die war halt... Die war schon nice. War halt so kacke einfach. War schon nice, Alter. So. Mit Riesel. Eisenschweif, Giftschweif. Sondersensor. Sondersensor. Och nö. Die Sache ist, by the way, ich habe einen Schwerschweif und Analyse. Hatte ich actually am Anfang auch überlegt, da habe ich gedacht, ach komm, ich packe überall Download drauf. Na ja. Let's go. Der Tryhardermann. Na klar. Data Gaming in. Data Gaming in. Ja, Shiny Program 2 sieht richtig sick aus. Die sehen alle in Shiny sick aus, oder nicht? Ich mag auch alle Shiny Formen, aber ich glaube halt, wie gesagt, die normale... Ich habe auch alle normalen Formen. Die Programme ist ein bisschen besser. Die Programme 2 ist einfach zu cool, Alter. Holy shit. Ja, generell, die Programme 3 ist einfach sick. Kreuzflamme, yo. Kreuzdonner, Kreuzflamme jetzt hier, man holen jetzt. Aber die funktionieren ja nicht mehr in der Runde. Plus ein Spezialverteilungsboost. Rette mich. Ja, der rettet mich. Let's go. Der hat plus ein Spezialverteilungsboost. Hey, Finalformation. Stimmt. Kraftabsorber. Let's go. Let's go. Plus ein Angriff, ja, der ist wieder full life. Go. Richtig sick. Das ist so ein Schmutz. Das wäre in so einen Schmutz gesehen. Das ist so lecker. Ja, es ist halt plus eins mit Finalformation komplett. Der war tot. Komplett wieder voll geil. Also, wenn ich da nicht mindestens eine Eiseskälte bekomme. Guck mal, er wäre einfach gestorben jetzt. Er war einfach tot. Tja, Pulgon ist einfach broken. Er ist so dumm. Er ist einfach so dumm. Vor allem war der schneller, weil aufgrund des Plus-Eins-Boosts trotz der Paare, der ist einfach broken. Oh, was, let's go. Einfach broken. Einfach broken, Alter. Er ist einfach so dumm. Es ist so nice. Ich fühle es gerade so sehr. Timo, du hast die in Pulgon gedownet. Du meinst, ach, Pulgon, der wird trash sein und schnell sterben. Meine Folgen. Ich kann ja nicht wissen, dass du so ein Triader bist. Ja, meine Folgen sind einfach gut trainiert, sage ich. Warte, was ist das? Das ist der Poker 2, ist fast tot. Über Umplatt. Mann. Ja, okay, immerhin. Ja, die Pulpa. Okay, ich darf nur nicht den Tag vom Abend loben. Beschwerdlich. Ist okay. Monschein, okay, ist auch stark. Auch nicht schlecht. Ja, ich darf den Tag vom Abend nicht loben. Es kann ja noch alles passieren. Das ist ein Metronomen-Bettel. Ich meine, er war auch fast tot. Ja, richtig. Also, Monschein ist schon sehr stark. Aber auch der Schwer-Schweif-Analyse-Pulgon macht auch übelst viel Schaden die ganze Zeit. Ja, weil er halt sowohl physisch als auch speziell mehr Schaden macht. Die Feuerwürfel hat aufgehört, aber... Guck mal, den ganzen Schaden, den Ist bekommen hat, ist fast nur durch den Feuerwürfel gekommen. Ja, das war... Also, der Feuerwürfel war so krass für dich. Juwelenkrass. Komm mal, bitte. Ja, geh auf den einen, der von KP ist. Ah, nee. Ah, gut. Wichtig. So, der macht schon mal gar nichts. Wenn der jetzt noch eine Full-Para bekommt... Ja, die Full-Para ist halt... Also, die Palüse ist halt problematisch. Das ist der einzige Positiv. Die Glätte, let's go, step plus eins, bezahlen, goes boost, Böller, was weg, Böller, Gaming. Gaming, Gaming, du lebst es! Ich glaube, Gaming hat sich überlebt. Zwei. Aber auch deine stärksten beiden. Ja, nee. Ich glaube, dein Polgon ist gerade das stärkste von allen. Finalformation Polgon, einfach zu krass, der Boy. Einfach zu krass. Zu wild. Zu wild. Wo ist denn? So, wo ist denn? Und ich habe Data Gaming in Blau. Leute, folgt Data Gaming auf Twitter, YouTube und... Twitch. Kommt auf den Discord vorbei. Kommt auf den Discord. Alle richtigen Infos, ne? Data Gaming, das ist stuff. So, Download, Anrufsbuch. Okay, okay. Nimm an. Schau dir Polgon, Z auch einfach an, der ist so nice. So nice, Alter. So ein süßer. Richtig süßer. Okay. So, ich trage hier selbstverständlich Barsch, so wie es sein muss. Natürlich, du alter Trader. Überrumpler, wie okay. Alter, es bringt da nix. Vor allem der gleiche. Knirscher. Ja, okay. Death Drop. Death Drop. Death Drop. Nee, mal jetzt mal nicht. Drop top. Oh, Alter. Kingstein, oh mein Gott, Z! Let's go! Ich dachte gerade, hä? Das ist doch nicht Biss gewesen. Wie flimmst der mich? Kameradstoff. Wie nice. Ach, Mann. Dieser blöde Kingstein. Okay, Kameradstoff ist auch nervig. Also, er ist jetzt hier halt auf plus minus null. Aber... Naja. Okay, hoffen wir, der Kingstein triggert noch ein paar Mal. Vor allem, ich hab jetzt die Para-Flinch-Shows auf vorgegangen, wenn ich ihn einleite. Na, das stimmt. Das stimmt. Das ist ganz knackig. Schauen wir mal. Zielschuss. Wichtig, damit gleich mal eine K.O.-Attacke trifft. Na klar, na klar. Sieht schon sick aus. So, ich gönne mir jetzt erstmal eine nice Aurasphäre wieder. Nice Aurasphäre. Du hast eben schon eine Aurasphäre bekommen. Na nochmal. Eisterfange flitscht! Miss, miss, miss. Ähm. Ja, das ist halt nicht mehr, aber... Ja, aber... Ich hab den. Wehe. Nein. Nein. Keine Para-Flinch-Chance. Doch, der kommt durch. Niemals. Lebensstelle. Ja genau, ich kann es nicht glauben, let's go. Nein, 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 nein. Ich sag, auf dem ist es glaube ich sogar besser als auf dem anderen. Ja, natürlich. Der kommt ernsthaft durch. Der kommt durch. Let's go. Wie? Wie? Ja, Kingstein stack nicht mit Flinch-Chance. Ja, weiß nicht, weiß nicht, aber trotzdem ist es halt unwahrscheinlich, dass du da durchguckst. Eisterfange hat 30% Flinch. An alle Leute, die sagen, hä, spielt doch Tor, Kisten, Kingstein. Das funktioniert nicht, Leute. Guck mal, Kingstein hat halt 10%. Ich wollte mir diese Sache aufklären. Weil Leute... Oh, Ablai Team, yo, sick. Oh, Ablai Team, so stark. Oh, war der noch auf Plus-1-Angriff? Nee, der hat den Kraftabsorber reingedrückt bekommen. Ja, der hat den Kraftabsorber bekommen. Aber der hält sich auch wieder gut. Ja, so ein bisschen schlecht. Ja, ist schon ein guter Heal, ne? So, blau. Du musst jetzt hier Leute flinchen. Blau und schlau. Schockstabbel, yo! Der ist so broke. Der ist leider auch nicht mehr auf Plus-1-Angriff. Aber doch, guten Schaden. Guter Schaden dafür, dass ich auf Plus-1-Verteidigung bin. Ja. Konzentration. Okay, ich glaube, nächster Hit... Der Critted. Critted, wartest du? Ich glaube schon, ja. Und der kommt wieder durch. Ich check's nicht, Alter. Ich pack's nicht. Let's go, Fulgon. Let's go. Auflockern. Ja, das lohnt sich gar nicht. Sag das nicht. Also, den Fluchtwert der Gegner zu senken, ich finde das actually gar nicht so kacke manchmal. Ja, das stimmt. Es wäre, glaube ich, stark, wenn's auf beide gehen würde. Ich glaube, Aromacool ist auf beide. Ja, 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 ja. Aber ja. Okay, in. Komm schon. Komm schon. Ein Bomb-Wall-Sout. Die High-Inne-Drop ist mir eigentlich so egal. Ist mir eigentlich so komplett egal. Ja, ist echt egal. Also, ich meine, du könntest jetzt halt... Also, es würde nur was bringen, wenn du deine Inne mit irgendwas boosten würdest. Wenn du jetzt eine Eigenität bekommst oder so. Dann wär's halt ein Eiser. Aber ansonsten ist es halt wirklich komplett egal. Ein Eiler. Kann gut sein. Ja, das wär sick. Ein Walzer wär krass. Wirklich krass. So, jetzt komm. Denn. Böller irgendwas so. Ich kriege jetzt mal wieder eine Full-Para. Was ist das denn? Ich liebe Frust-Ventil. Oh, eine neue Attacke. Ich liebe diese Attacke. Äh, wenn ein Drop in der Runde kassiert wurde, macht man doppelt so wie Schaden. Ah ja. Wie gut, dass du einen Drop bekommen hast. Und ich nur noch drei KP habe. Das war ein nicer Crit, sage ich. Taucher. Und der durchkommt. Und Taucher bekommt. Nice. Das freut mich natürlich. Das heißt, nächste Runde kannst du mich nicht angeheißen. Das freut mich natürlich. Das ist so cool. Wir gehen jetzt beide auf Polo. Und das wäre schon funny. So nice. Das wäre so funny. Würdest du es schon lustig finden, oder? Extrem. Tarn-Stände. Guck mal, jetzt müsst ihr die Folgen bekommen. Ich meine, Chip auf Polo und Set. Ja, der kommt nicht mal mehr raus, Preston. Machen wir uns doch nichts vor, Alter. Blau, jetzt hier. Heil dich komplett hoch, bitte. Metall-Sound. Ja, und der geht auch noch auf Polo. Bitte gönne Heilbogen. Gönne Heilbogen. Flora-Core. Nein, nein, nein. Geschenk. Yo, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich. Damage, 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 damage. Nein. Ja, okay, 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 okay. Ich hatte ein Geschenk nie geheilt. Okay. Ach, der kommt echt durch. Oh, aber es schießt. Es fehlt nicht. Ah, ich einen Wahlschall trage. Du trägst einen Wahlschall, du bist ja noch ekelig, Alter. Der trägt einen Wahlschall und hat auch noch Final-Formation. Oh, guck mal, der ist schneller. Ah, wie cool ist das denn? Woran liegt das wohl, Present? Schmarranz ist da. Jetzt ist aufgefallen. Oh, come on, warum verweht es? Blendbruder vielleicht. Alter, was ist jetzt so das? Nee, Moment, das ergibt keinen Sinn. Nee, das war der Genauigkeitsjob. Ich habe keinen Blendbruder, das geht ja nicht, weil der Wahlschall. Mit dem Wahlschall wurde zersetzt, von wo? Und Fußband. Du hast keinen Blendbruder. Warum hat mein Schmarotzer gemisst? Wegen Genauigkeitsjob habe ich doch gerade erklärt. Ach so, oh, scheiße. Bist du nicht auf Progonzent? Ach, come on. Ja, let's go. Aber der hat einfach gerade beide meine Items zersetzt. Ja, meins habe ich genauso zersetzt. Deinen auch, sicher? Ja, ist von allen zersetzt worden. Ah, okay. Rabenboss macht das viel damage, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, du bist auf Plus 1 Angriff. Ja, geht. Also in ist halt auf. Der hat nur einen Genauigkeitsjob. Ansonsten ist der komplett clean eigentlich, ne? Ja, aber 2v1 ist natürlich jetzt problematisch. 2v1, oder? Du meinst, einer gegen 3. Ja, 2v1, it's a goller. Eie, eie, eie. Ich glaube, es ist sogar gut, dass du gemisst hast, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist trotzdem halt eine Nullrunde. Es ist halt dumm. Ja, Mülltreffer. Ja, und den triffst du natürlich. So wie du auch schon einen Eisenschweif getroffen hast. Weil dieses Spiel so ein faires Spiel ist. Komm, willst du vielleicht ein Fulpaar bekommen? Ach so, nö. Und flinchen willst du auch nicht? Kommst ja durch alles durch, ne? Und kriegst dann eine Duftwolke. Jawohl. Was machst du überhaupt? Ich wollte gerade sagen, hä, was machst du überhaupt? Ah, das erhöht deine Spezialverteidigung, glaube ich. Jawohl, die Duftwolke, so broken. Ja, das wäre besser als ich, der seine Attacken die ganze Zeit misst. Ja, die ganze Zeit ist jetzt, ne? Du hast ein Naugigkeit. Das Verwurzle, oh. Aber ich habe halt auch nicht mehr so viel AP, wahrscheinlich. Ich glaube, selbst meine AP reicht nicht mehr mehr aus, um das zu gewinnen. Ja, in Metronomials kann halt alles passieren, ne? Ja, ja. Schlecker, ja, stark. Geistertacken. Normal-Pokémon, so broken. Broken, ja, ja. Definitiv. Metallklaue. Und er kommt natürlich wieder durch. Natürlich. So geil. Ich sag mal so, wenn ich jetzt Mevento Mori oder so bekomme, oder du... Ich meine, diesen beiden im Game-Bereich. Ich habe nur noch 5 Metronom-Präses. Ich sage es nicht, ich habe nur 5 Metronom. Also. Schwierig. Ja, es bringt halt nichts, so. Der hat, schau mal, das bringt halt nichts. Es bringt halt einfach nichts. Der hat richtig Bock. Ja, komm, beende es jetzt. Beendet ist Porygon. Beendet ist bitte echt einfach. Vor allem, einfach der Final-Formation Porygon noch am Start bis zum Ende. Ja, ja. So ein Ding. Das ist ein Disrespect. Porygon 2, wieso tust du das? Wieso tust du das, Porygon 2? Das hättest du nicht tun sollen. Schwer vor, ich bekomme jetzt dreimal hintereinander eine Kau-Attacke und alle treffen. Und der kommt wieder durch, natürlich. So, jetzt kommt, Kedin. Bergsturm, okay, da beenden wir es. Alter, dieses Porygon war einfach so broken. So broken. Ich liebe den. Noch mal ein Crit zum Ende. Ich glaube, es crit, ich glaube, ein Crit. Ich weiß. Aber es war ein Hex. Jetzt ist es einfach, wenn du es ist. Vielen Dank.